Ja, hi Matze. Die anderen sind gerade in der Kirche. Ich wollte dir jetzt nur mal gerade was zeigen. Da ist unser Kühlschrank. Riesengroß, ne? Echt alles drin. Hier gibt's alles. Aber was echt das coolste an dem Ding hier ist, ist was hier daneben ist. Da kannst du auf Knopfdruck dir Eis ohne Ende in dein Glas füllen lassen. Ich meine, es ist ja auch echt heiß hier, aber das ist schon ganz geil. Also, so weit haben wir zu Hause nicht. Ja, das hier ist die Küche. Auch ganz nett soweit. Alles schön ordentlich. Vorne das Wohnzimmer mit Flatscreen. Hier sitzen wir dann immer abends, gucken ein bisschen Fernsehen noch. Ja, doch ist schön hier. Also, wir wohnen gut. Hi, Captain. It's me, Kathleen. Jetzt aber nicht mehr. Schön. �